Jose Leandro Andrade war ein uruguayischer Fußballspieler. La Mara Villanegra war einer der ersten Weltstars und der erste Schwarze des internationalen Fußballs. Andrade galt als bester Fußballer der 1920er Jahre und gewann mit Uruguay 1924 und 1928 die Olympischen Spiele und 1930 die erste Fußball-Weltmeisterschaft. Jugend 1901 wurde Andrade als Nachfahre schwarzer Sklaven in Salto im armen Nordwesten Uruguays geboren. Schon als Jugendlicher zog er zu seiner Tante in die Hauptstadt Montevideo, wo er sich als Straßenmusiker, Schuhputzer und Zeitungsverkäufer verdingte. Er führte die Tanzgruppe, die armen kubanischen Neger an, galt als Meister des Nationaltanzes Kendumbe und war selten ohne seine Trommel zu sehen. Die Menschen nannten den farbigen Jungen auch König des Karnevals. Vereinskarriere Neben seiner Leidenschaft für die Musik war Andrade ein begeisterter Fußballspieler. Zu Beginn seiner Karriere spielte er bis 1920 für Penaroll. Von dort führte sein Weg über Missiones zu Belavista. 1922 unterschrieb er dort einen Vertrag. 1925 wechselte er zu National, einem der größten Vereine des Landes. Meisterschaften blieben ihm jedoch versagt. Im damaligen 2-3-5-System übernahm er als rechter Läufer die Rolle, die man heute den Mittelfeldregisseur nennt. Er führte Regie, choreografierte das Spiel wie ein Ballett. Außergewöhnlich beweglich, spielte er fast körperlos. Andrade soll den Scherenschlag erfunden haben, Fallrückzieher und Flugkopfball beherrschte er perfekt. 1932 wurde die Uruguayische Liga in eine Profiliga umgewandelt. Andrade kehrte bereits 1931 zum Lokalrivalen Penaroll zurück, wo er laut Luciano Alvarez bis 1932 spielte. Nach anderen Quellen soll er mit den Aurini-Groß 1935 endlich seine erste und einzige nationale Meisterschaft gefeiert haben. Danach spielte er noch kurze Zeit in Argentinien, ehe er seine Karriere 1937 beendete. Karriere in der Nationalmannschaft Der Ausnahmekönner wurde bald in die Nationalmannschaft berufen und machte am 23. Juni 1923 beim 0-0 gegen Argentinien sein erstes Länderspiel. Im selben Jahr gewann er bei der Copa America seinen ersten Titel mit der Celeste. 1924 fuhr Andrade mit Uruguay nach Europa, um in Paris an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Bis dato hatte der gemeine Europäer noch nie einen Schwarzen gesehen, geschweige denn fußballspielend. Andrade war der einzige Schwarze des Turniers, was allein Aufsehen erregte. Im ersten Spiel wurde die damals beste Mannschaft Europas, Jugoslawien, mit 7 zu 0 entzaubert. Die Südamerikaner gewannen nach 5 Spielen mit 20 zu 2 Treffern die Goldmedaille und waren der europäischen Konkurrenz läuferisch, taktisch und technisch klar überlegen. Andrade gelang unter anderem das erste bekannte Solotor, als er gegen Frankreich sieben Gegner über 75 Meter ausspielte und traf. Ein deutscher Fußballkorrespondent schrieb damals in besten Kolonialherren Deutsch. Bei den Läufern vertrat ein waschächter Neger namens Andrade eine exotische Note mit seiner Couleur. Aber der Mann kann mehr. Ein zielbewussteres, taktisch vollendeteres Spiel lässt sich kaum denken. Sein fabelhaftes Können rief spontan Beifall hervor. Der lange Andrade fällt durch sein bevorzugtes Kopfballspiel auf. Die Neger scheinen Schädel wie Kokosnüsse zu haben. Anführungszeichen Uruguay war Olympiasieger Andrade ein Starr. Nach diesem Sieg und dem Gewinn der Goldmedaille blieb Andrade noch einige Monate in Paris, lebte dort und genoss die goldenen Zwanziger. Anführungszeichen Er tingelte singend und tanzend durch Nachtclubs, Bars und Cafés an der Seine. Ein Jahr bevor Josefine Baker unglaubliche Erfolge in der Stadt feierte, dass er schwarz war, spielte keine Rolle. Wohlhabende Familien legten Wert darauf, ihn als Klavierstimmer ins Haus zu holen. Zurück in Südamerika gewann Uruguay auch die Kupa Amerika 1924, doch Andrade kam nicht zum Einsatz. 1926 folgte ein weiterer Sieg bei der Südamerika-Meisterschaft. Hier hatte Andrade so groß aufgespielt, dass er zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam holte Uruguay wieder die Goldmedaille. Andrade hatte zunächst die Mitreise verweigert, so dass an seiner Stelle Eduardo Martinez nominiert wurde. Kurz bevor das Schiff jedoch ablegte, entschied sich Andrade um und fuhr mit nach Europa. Nach zwei dramatischen Endspielen gegen den Nachbarn Argentinien wurde man dort Doppel-Olympiasieger. Andrade konnte in den Finalspielen nicht mitwirken, da er sich im Halbfinale gegen Italien eine Augenverletzung zuzog. Als er gegen den Torpfosten prallte, trotzdem galt Uruguay als beste Nationalmannschaft der Welt und Andrade war Starr der Mannschaft. Die Erfolge bei den Spielen sorgten unter anderem auch dafür, dass Uruguay die erste Fußball-Weltmeisterschaft 1930 austragen durfte. Hier erreichte die Celeste erneut das Finale. In Montevideo traf man wieder auf Argentinien. Andrade schoss zwar kein Tor, dirigierte aber seine Mannschaft und führte sie zum Weltmeistertitel. Das WM-Finale am 30. Juli 1930 sollte Andrades letztes Länderspiel sein, danach erklärte er seinen Rücktritt. Insgesamt absolvierte Andrade von seinem Debüt am 24. Juni 1923 bis zu seinem letzten Einsatz am 30. Juli 1934 Länderspiele für die Uruguayische Auswahl. Dabei erzielte er einen Treffer. Nach der Karriere, Andrade liebte den Erfolg, die Show und den Ruhm. Nach seiner aktiven Karriere ging er wieder nach Paris. Hier führte er ein ausschweifendes Leben und feierte Feste. Sein Privatleben lieb unter seinen Eskapaden und zwei Ehen gingen zu Bruch. Als die Finanzen knapp wurden, verkaufte er zunächst seine Medaillen, später dann alles. Wasser besaß und zog als mittelloser Bettler durch die Pariser Straßen. Der deutsche Journalist Fritz Hack spürte Andrade kurz vor seinem Tod in einem armen Haus in Montevideo auf. Der durch die Augenverletzung bei Olympia 1928 einseitig erblindete Andrade, war total dem Alkoholismus verfallen und konnte den Fragen des Journalisten nicht mehr folgen. Die Antworten gab die Schwester eines damaligen Olympiasiegers. Jose Leandro Andrade starb schließlich an Tuberkulose und in völliger Armut am 4. oder 5. Oktober 1957 im armen Haus Pein Airo del Campo. Nachruf Sein Leben mutet beinahe an, als habe man dafür eigens den Begriff des Klischees erfunden. Armer Neger aus dem Hafenviertel wird berühmt in der weiten Welt, kehrt gefeiert zurück. Fällt dem Suff und der Armut anheim und stirbt ohne einen Centavo im armen Haus, heißt es über Andrade in Dieter Reibers Nachschlagewerk. Jahrhundert Fußball im Fußballjahrhundert Etliche Chronisten glauben, dass Andrade ein Megastar und reich geworden wäre, wäre er 40 Jahre später geboren worden. So aber bleibt er, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb, eine vergessene Gestalt aus ferner Fußballzeit. Von deren Kunst nur ein paar unscharfe Standbilder und einige schwärmerische Beschreibungen übrig geblieben sind. Andrade war die erste schwarze Perle des internationalen Fußballs. Laut Weltverband der Fußballhistoriker und Statistiker der weltbeste Spieler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Allerdings gehen die Meinungen diesbezüglich auseinander. Die französische Zeitung Le Quipe versah in einer solchen Rangliste seinen Nationalmannschaftskollegen Hector Scarone mit dieser Auszeichnung. Bei der Weltmeisterschaft 1950 trat sein Neffe Victor Rodriguez Andrade in die Fußstapfen seines Onkels und holte zum zweiten Mal den WM-Titel nach. Uruguay, Erfolge, Weltmeister 1930, Olympiasieger 1924-1928, Copa America 1923-1924, 1926 Uruguayischer Meister. Untertitelung des ZDF, 2020